Ja, guten Morgen, Freunde. Hier ist der Leviskart 1210. Ich begrüße euch zu einem Vlog aus der Türkei, aus der Ägäis. Ich liege hier gerade am Strand, Freunde, und das Meer ist extrem schön. Ihr hört das Rauschen hinter euch, aber ich zeige euch mal, wie es aussieht. Es sieht sehr, sehr glatt aus. Wir haben gleich 2 Uhr, also 14 Uhr, und um die Zeit, normalerweise ist es morgens so, aber um 14 Uhr, solche, so ein schönes Meer, also extrem cool, Freunde. Ja, heute ist es teilweise ein bisschen bewölkt, aber ja, es geht so. Die Wärme kann man schon genießen, Freunde. Und es ist kein Wind, was ist cool. Absolut kein Wind, und deshalb ist das Meer auch wellenlos. Also ohne Wellen gehen wir mal jetzt ins Meer, Freunde. Und ich würde mal sagen, ist es kalt, ja. Ja, mal ausschauen. Und es ist wunderschön. Ja, wenn es so, wenn es keine Wellen gibt, Freunde, ist das Meer auch wunderschön sauber, kristallklar, wie ihr seht. Und ihr könnt mich auch besser verstehen, glaube ich, wenn es kein Wind ist. Denn mit dem Wind hat mein Mikrofon ein bisschen Probleme. Dann könnt ihr mich so, ja, wenig verstehen. Aber jetzt denke ich mal, es ist ganz gut. Wow, ist schon frisch. Ja gut, wir haben fast Oktober, ja, am Ende September jetzt. Und da ist das Meer natürlich nicht immer warm. Aber man kann baden, Freunde. Man kann schön schwimmen. Das gefällt mir gut. Da ist meine Tasche, meine Strand. Da liege ich, Freunde. Da hinten. Und mein Handtuch. Schön. Lass uns mal ein bisschen im Meer so rumlaufen, Freunde. Und wir schauen uns mal, das Meer an. Oh, schön. Kalt, kalt, kalt. Freunde, es ist ziemlich frisch. Aber trotzdem kann man schön schwimmen. Oh, ja, da hinten haben wir ein Schiff. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da blendet die Sonne. Und da sind Island Sky. Kommt das Schiff aus Island? Glaube ich nicht. Von Island bis Jähn ist schon ein extremer langer Weg, würde ich mal sagen. Ein paar Leute, ein paar Hartgesottene, die noch baden im Meer, wie gesagt, hier ist die Saison vorbei. Wenn die Schulen hier öffnen, dann ist die Saison hier vorbei, dann ist das hier total leer, Freunde. Manche Glotzen, was er mit der Kamera im Meer macht, ja, das finde ich ja, ich verstehe nicht, warum die Leute so glotzen, ne? Haben die jetzt keine Vlogger gesehen? Kennen die keine Vlogger? Keine Ahnung. Ich meine, Türkei ist das Nummer 1 Land, was Social Media angeht, sind sie wirklich das meistgenutzte Land, ja? Facebook, YouTube, alles nutzen wir. Aber wenn da einer mit der Kamera filmt, dann wird geguckt. Na gut, ist anderswo auch so. Ja, ich denke, wie gesagt, da hinten ist Griechenland, ist die Insel Medili, hatte ich schon mal gesagt. mal ein bisschen schwimmen. Ich glaube, ich gehe gleich mal ein bisschen schwimmen. Also, ich sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ja, Freunde, hallo und herzlich willkommen nochmal. Hier ist der Levelskar 1210 und ich hatte euch ja eben im Meer das Schiff gezeigt. Ich weiß nicht, ob es richtig drauf ist, deshalb nehme ich mal kurz es nochmal auf hier. Und zwar, The Island Sky heißt das Ganze. Ja, ich hatte ja gesagt, wie es von Island hierher gekommen ist, aber Island heißt ja auch noch Englisch, also auf Deutsch Insel, Freunde. Das ist so ein Touristenschiff, würde ich mal sagen. Bis zum Kapitel. Das ist egal. Kalulaufsrug. Kat Podellsseinfeldsf Qi Lan pode sein. board Ploto exemptionen. Hessische Rumpf though, zwischen Paprika und Paprika undıpik 700 Euro haben Edition unddirekt oder faszinland das neue Metallkirche. ging. knew wurde nicht gewarthed? Sie schizing auf, erklärt ihr unteren Reviertel. Inso beit erzählt horse.